Aktion Mensch bedeutet für mich, den Alltag zu meistern. Ich nehme die Jungs hier in Empfang und unterstütze sie bei allem, was sie machen müssen. Dass die Eltern halt auch was anderes machen können, dass sie ein bisschen Kraft tanken können. Ich finde, sie sind unheimlich lustig. Was habe ich denn jetzt überhaupt ausgewählt? Ich muss jetzt aufpacken, keine Sorge. Ich mag die zwei schon sehr.